But you wake me up I was just a sleepwalker You wake me up Was just a never sleepwalker Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's play Saints Row 4 Und ich nehme diese Folge gerade zum dritten Mal auf Juhu Einmal hat mir nicht gereicht, zweimal war auch noch nicht genug Also jetzt zum dritten Mal Und ich hoffe jetzt klappt es Ja und das Ding höre ich jetzt auch schon zum dritten Mal Wenn man das aus meinem Singleplayer Als ich das schon mal gespielt habe mitzählt Dann höre ich das gerade zum vierten Mal Denn jeder weiß Alle guten Dinge sind vier Da gibt es nicht so tolles Zeug Okay Dann gehe ich jetzt auch mal zu dem Hotspot Und ratet mal Zum wievielten Mal ich diesen Hotspot jetzt mache Wenn ihr auf vier getippt habt Lagt ihr richtig Ne es wird jetzt sehr viel Ja doch Zum wievielten Mal ich das jetzt mache Zum vierten Mal Ja das passt Und ich weiß Ihr haltet mich vielleicht für verrückt Dass ich die Shotgun benutze Aber Das hat bestimmte Gründe Na komm lade doch mal nach Und in ganz nach Zeit Denn das muss ich zerstören Dann schieße ich auf den Dann schieße ich auf Ja Alles klar Na komm Lade doch mal schneller nach Ich benutze die Shotgun gar nicht so oft Das ist mein Problem Deswegen Wo bist du? Da bist du Deswegen grade ich die jetzt nicht so ab Aber ich muss diese Shotgun benutzen Denn da Die unsere stärkste Waffe Also Für mich Es kommt ja auch immer darauf an Wie man damit schießen kann Ähm Da Hier die Munition Für die MPs Ein bisschen knapp wird Und da hab ich mir gedacht Schieß doch einfach mal Ein Eisblaster rein Dann kannst du noch einen Da reinschießen Wenn er wieder aufgeladen ist Und dann hast du Neun Datenansammlungen mehr Die sammle ich jetzt übrigens Auch schon Mehr Hab ich jetzt auch schon öfter Eingesammelt Diese drei Also diese neun insgesamt Aber ich glaub Ich mach jetzt Was anders Als bei den anderen Beiden Malen Na schieß doch mal Ah sehr gut Hat gereicht Wo ist noch einer? Da steht noch einer Und da fliegt noch einer Dann mach ich mal lieber Den hier Toll Zu spät Ah Warte Warte So Hm Kick wir denn runter Na wo hüpft der denn jetzt Schon wieder hin? Ist einfach unfassbar Was der da immer macht So Rücken gebrochen Alles gut Na nicht hüpfen Das gehört sich nicht Ich aktiviere die Generatoren Und ich hoffe Und ich hoffe das funktioniert Und ich hoffe das funktioniert jetzt Weil Saints Row hat sich in letzter Zeit So ein bisschen wie eine Diva Aufgeführt Also zum ersten Mal Als ich das aufnehmen wollte Hab ich Ähm Die Aufnahme war jetzt nicht ganz so lang Dann bin ich irgendwie auf den Knopf drauf gekommen Ach toll Jetzt mach ich gerade zwei Dinge gleichzeitig Das ist nicht so toll Das ist nicht so schön Ja ich wollte den Unruherr verlassen Ob du es glaubst oder nicht Ich hatte das echt vor So Einmal noch der da Dann Machen wir noch den da Und dann rennen wir da wieder hoch Da ist noch einer Guten Tag Ich wollte sie mal befragen Zur Diesjährigen Finanzlage Du musst mich jetzt nicht Eigentlich hätte das jetzt nicht sein müssen Ob du es mir glaubst oder nicht Das hätte jetzt echt nicht sein müssen Naja Man kann nicht alles haben Ich aktiviere die Generatoren Ja ich strenge mich an Das Ding ist jetzt kaputt Und das heißt Ich kann jetzt Den da machen Das war meine Absicht Ja komm Ach Mensch Überall diese Viecher Überall Aliens Aliens man Fucking Aliens Äh wo sind die alle Ich sehe die A Total unauffällig Das beste Versteck ist immer noch voller Nase Ähm Freunde Da Na komm Jetzt ist gut Machen wir das Ding endlich kaputt Und dann habe ich den Hotspot Zum vierten Mal gemacht Ist das nicht toll Ach das ist nicht toll Das ist richtig Mach das Ich habe da nichts dagegen Stimmt das? Wenn ja Dann müsste ich mich jetzt umdrehen Und dann Das Ding da oben dran sehen Dann nehme ich auch noch den Stampfer Denn da ist auch noch was Und ich renne zu weit Ist ja klar Dass ich das tue Datenansammlungen Sind immer gut Und hoch hier Da drüben ist noch ein bisschen Telekinese 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 Na Telekinese Und diese Telekinese Die schenke ich euch Das hat mir jetzt viel genützt Das sehe ich ein Aber es war auf jeden Fall Ein spannender Auftakt Wartet mal Nehmen wir mal die Pistolen Na komm Juhu Da muss jetzt eigentlich Nichts sein Ich wollte gerade fragen Ob man das da überhaupt Kaputt kriegt Aber ich glaube Ich habe meine Antwort Soeben gekriegt Oh wilde Ach wisst ihr Ich fange mir aber den Controller Das geht wesentlich schneller Und ist auch freundlicher Für mich und meine Umwelt Alles klar Dann hole ich mir diese Datenansammlung dort Da drüben ist auch noch was Oder Ja Muss ich mal ganz hoch springen Da hinten sind noch die von der Telekinese Die sind noch übrig geblieben Ich glaube da ist so ein Bug drin Das war auch letztes Mal schon so Da habe ich dir aber nicht für den Unruheherd benutzt Da habe ich den Unruheherd vorher gemacht Da ist noch eine 50 haben wir jetzt Ui Ganz schön viele Ich gucke einfach mal Was wir hier so haben Bargeld kriege ich noch nicht Kräfte Kann ich mir aber hier bei dem Supersprint Noch nix Ich hole mir einfach mal Erstmal was für den Blast Wenn ich das könnte würde ich es machen Meine ich damit Was hat man hier so Nix Verzeugt Telekinese Plätzialverzeuge Mach mal Aufladen Stampfer benutze ich eh nie Eh nie Backt Versteht er Ich entschuldige mich hierfür Da ist nur das Ding Dann gehe ich jetzt Ah theoretisch müsste ich Ah Oh Bei neuen Datenansammlungen Sage ich nicht nein 500 haben wir jetzt schon 500 Ganz schön viel Und ich hoffe wir reichen damit Was machst du denn Oh ihr seid aber ganz schön viele Ihr seid echt ganz schön viele Wisst ihr das Wow machen wir nicht so viele hier Na komm Den dann noch Und die kann ich dann wieder einfreezen Dann kann ich da reinballern Gerade nach Okay das war's dann mit dem Da hinten steht noch einer Ah ja Ah ja Schiffe Ich muss mich mal hier hinter verstecken Weiß ich dann jetzt dazu Oder Tun die einfach jetzt davon Ich glaub die sind jetzt einfach Da Weil wegen Und so Ach der Kopf Ja ich glaub das hat jetzt eher weniger Also ihr habt eher weniger mit meiner Mission zu tun Glaub ich Ach vielleicht ja doch Aber wir haben's geschafft Es hat gereicht Und ob die Munition noch für das zweite reicht Das werden wir gleich sehen Ach nur 20 Wartet mal Wartet mal Wartet mal Dann nehmen wir die 2 Und dann nehmen wir hier Die Telekinese Komisch Flaschen Ihr seid echt komisch Leute Wisst ihr das Du auch Johnny Ihr seid überall Komm Das ist Kollateralschaden Ich glaube das ist euch klar Dass ich da jetzt Nicht wirklich drauf eingehen kann Dass ich den Typen da nicht umbringe Ja Stirb Ach meine Felikinesis alle Daran gibt's Saintsflow Ach die werden wir gleich noch sehen Ein paar von Saintsflow Ach das können wir aber wissen Guten Tag Und adios Gut dann kann ich mal gucken Was sagt denn die Karte Die Karte sagt Da ist noch irgendwas Das wir erst später freischalten Da ist ein Panzervandalismus Für dieses Gebiet Da ist Meint er wohl ein Mörder Da ist noch irgendwas Da ist noch ein Hotspot Okay aber ich würde sagen Den Panzervandalismus Hab ich übrigens auch schon mal gemacht Aber Wir machen jetzt erst mal Wir retten jetzt erst mal Asha Zum Broken Shilele Und dann retten wir noch Wenn es jetzt nicht abschmiert Ich habe letztes Mal Ich weiß nicht mehr wo der war Aber ich habe einen Telekinesisch Bald gemacht Das weiß ich noch So So Springen können wir auch Das ist relativ gut Aber jetzt kann man mal sprinten Also stürmen Und das war es schon mehr Stürmen Jetzt stürmt es nicht mehr Jetzt wieder schönes Wetter Ah nicht so Nicht solche Aktionen Meine Dame Habe ich nicht gerade irgendwas Von nicht solch einer Aktion Meine Dame gesagt Ja das ist es Ich bin Absicht so gemacht Das will ich aber auch hoffen Was mache ich denn hier Ah was mache ich denn hier Warum hüpfe ich So den ersten von den Fatzken habe ich So den ersten von den Fatzken habe ich So den ersten von den Fatzken habe ich So lange ich die Liren kriege Es ist alles gar Es ist alles gar Kein Problem wollte ich gerade sagen Do you need to take a break Ne ne alles gut So wie gesagt So beabsichtigt Please keep going Mach ich Keine Sorge Bronze habe ich Ah Konzentraten Konzentraten is everything Ja bin ich doch Oder nicht Sieht man das nicht Sieht man das nicht Ich bin immer vorsichtig Ach komm schon Ja den nehmen wir mit Dann ist nämlich vorbei Mit dem Ranz Hä wieso bin ich denn darüber Nein eigentlich nicht Aber Also wenn ich jetzt von der Logik Ausgehe Die da fehlt Weil eigentlich habe ich auf D gedrückt Und dann bin ich Nach links Wenn ich von der Logik ausgehe War das jetzt nicht ganz das Richtige Aber ich muss gerade mal an die Tür Also habe ich gesagt Dass die Aufnahme Das nicht überleben wird Oder habe ich es gesagt Also ich habe es gesagt Aber ihr habt das nicht mitbekommen Weil ich ja gesagt habe Dass die Aufnahme Das nicht überleben wird Und ich Richtig gelegen habe Also wir haben den Tempospalt Auf Silber geschafft Und dann habe ich Da gab es kleine Probleme Drinne So Ja was können wir jetzt machen Tolles Stimmt wir waren auf dem Weg Zu Ascha Nur das war die falsche Taste Und ich gehe doch nicht Zu Ascha Ich mache jetzt Erstmal Pierce Rette Pierce Mache ich Mache ich doch glatt So ein broken Schieleck Oh 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 Habe ich doch richtig gesehen Hä Ja Ja Habe ich doch richtig gesehen. Es sind sogar zwei gewesen. Noch mehr? Nein. Haha. Glasauge, sei wachsam. Audiolog und die beiden Dinger entdeckt. Und das ohne Sammelobjektfinder. Seid ihr stolz auf mich oder seid ihr stolz auf mich? Ich hoffe beides. Ah, da oben ist noch einer. Oh, ein Hotspot. Davon haben wir ja zum Glück noch keinen einzigen gemacht. Oder einen dreimal. So, aber das mit dem Hotspot, das ist jetzt im Kasten. Das bleibt jetzt. Egal, was die anderen Aufnahmeteile dazu sagen. Der Hotspot, den mache ich nicht nochmal. Den kann jemand anderes für mich machen. Ja, ein Unruheherr, den kann ich eigentlich mal schon machen. Und theoretisch hatte ich vorgehabt. Wo ist denn er jetzt? Ach, da oben. Das ist ja das Kopf. Das ist ja... Das ist ja ganz praktisch. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ach, der hat doch gar nicht dazugehört. Hä, wieso klingen die denn so komisch? Also manche haben ganz komische Waffen. Also komisch klingende Waffen, meine ich damit. Ja, komm, stirb. Das ist doch auch keiner von denen. Vom Unruheherr. Da oben sind noch welche. Warum boxe ich die eigentlich? Ich bin ein bisschen bekloppt, ja? Dass ich die Typen boxe. Naja. Man kann nicht alles haben. Äh, was wollte ich machen? Ach ja. Zum Broken Sheenack. Stimmt, da war was. Eigentlich wollte ich nochmal im Waffengeschäft vorbeigucken. Ah, das habe ich jetzt zwar... Ui, 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 ui. So ein Ding lasse ich nicht aus. Ui, 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 ui. Was ist das? Ah, noch ein Unruherd. Nehme ich auch gleich mit. Ich wollte jetzt eigentlich einen Stamper machen, aber ich bin nicht schnell, dass es mir gekommen ist. Ja, bleibst du da. Du musst auch da bleiben. Du und du und du und du und du und du. Und du und du. Okay, ab zum Broken Sheenack. Jetzt aber wirklich sind wir ja auch fast da. Also, jetzt werde ich von nichts mehr abgelenkt. Oh, eine Mission, die wir schon mal gemacht haben. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und, starten. Ich habe recherchiert deinen Freund, Pierce. Bist du sicher, dass du ihn ausprobieren möchtest? Ja. Welche Art von Frage ist das? Ein ehrlicheser. Historisch spendest du fast halb der Zeit, ihn zu schütteln. Ja, aber es ist alles in guter Spaß. Man macht einen Mann, der seine Leben für dich rischert und was du für dich standest, der Bade von deiner Comedy-Routine, ist alles in guter Spaß? Ja. Mach mal. Bei einer Dose Saints Flow. Okay, das ist nicht was ich erwartet. Boss, bin ich glücklich zu sehen. Hold on, das ist deine größte Angst? Marketing gone bad? Bad? Wir haben IP-Wirat uns, und du machst schütteln? Diese Dinge versuchen zu töten mir. Vielleicht wollen sie einfach zu schütteln. Okay, lass mich stoppen und fragen sie, ob sie mir nur einen kaltes, rückwärts und rückwärts geben wollen. Ist das ein verdammte Eisquake? Ja. Oh, verdammt. Komm mal, wir brauchen mehr Schäden. Ich würde das gleiche sagen. Und es gibt eine Grund für das. Jetzt move! Mach ich, mach ich. Kein Problem. Ich move. Ich bin der Uwe, denn ich move. Auf smooth Art und Weise. Ja, natürlich, Pierce, teleportier dich einfach. Wer braucht Türen? Guten Tag. Ja, die sind jetzt nicht so... Das sah gerade aus wie ein normales Gewehr, nein. Also so ein, äh... Wisst schon, hier, hier, äh... Zwei weiter links von den Maschinenpistolen. Nein, das sieht nur so aus. Das ist in Wirklichkeit... Ach, das ist ne... Schrot! Ich war da keine Schrotflinte. Hä, mit einer Schrotflinte. Hä, mit einer Schrotflinte. Und vor allem mit dieser Hesse... Mit dieser dumm... Hesse, hab aufs Glas selbst kaputt. Brauchst du mich doch nicht dafür. Jesus... Genau... Genau so sah das aus. Das ist ein Argument. Das würde ich auch nicht so unbedingt wollen. Ja, genau das. Belebe deinen Begleiter wieder. Wo ist der? Hier oben. Ach, der ist tot. Laserstrahlen aus den Augen schießen. 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 Muni! Paul! Jetzt gibts auf die... Paule. Klauze. Paarlauze. Wieso schießt du dich eigentlich immer selbst an? Nimm doch gleich mehr Munition mit. Oder wäre das zu einfach für dich? Ja, so war das genau geplant. Ich habe mir nichts anderes vorgestellt. Also es ist toll, dass ich diese Mission jetzt auch schon zum dritten Mal machen darf. Okay, töte die Dosen, mache ich. Ich bin immer wieder auf, wenn es klappt. Na komm. Töte die Dose. Töte die Dosen. Töte die Dosen. Töte die Dosen. Töte die Dosen. Au. Stay back, you creepy fucks. Sie ist auf Paul. Sie ist auf Paul. Jetzt habe ich nur keine Raketen mehr. Töte die Dosen. Oh, und das gewährt es auch ganz gut. Ach, ich habe jetzt zu viel Kingdoms of Amalur gespielt. Ich wollte gerade mich mit, äh, mit Maustaste, äh, nicht mit Maustaste, mit Leertaste wegrollen. Joi. Ich habe gehört, dass es nicht ganz so klug ist. Sie ist bei Saints Row mit der mittleren Maustaste wegrollen zu wollen. Ich habe gehört, das ist ein Unterschied, ob man Saints Row die linke, äh, die... Warum sage ich immer linke Maustaste? Das ist die Leertaste. Ich habe gehört, das ist ein Unterschied, ob man bei Saints Row oder bei Kingdoms of Amalur die Leertaste drückt. Schießsack geht noch Paul, das mache ich doch glatt. Könnte ich eigentlich ja rau machen, aber ich mache es einfach mal glatt. Ich werde euch alle letzte von euch recyckeln. Ich denke, ich weiß, wie du dich aufbauen kannst, Paul. Oh, danke Gott. Wo hast du, Kinsey? Ich habe versucht, dich großartig genug zu machen, um das Ding zu kämpfen. Was hast du denn gesagt? Geh auf die Isle mit der großen Statuen auf, okay? Und geh Paul's attention, damit er dich folgt. Geh in! Paul wird nicht unterhalten. Er ist ein resilienter Mann. Aber Kinsey weiß ein Weg. Kinsey? Kannst du mich in? Kannst du uns nach der großen Statuen fahren? Was für? Ich habe noch nicht mehr gefragt. Alles ich weiß, ist, dass wir Paul folgen müssen. Zu folgen? Sie hätte besser etwas großem Plan gehabt haben. Piers hat einen süßen Zeit mit dem Helikopter genommen. Hey Piers, warum hast du den Gesicht der Statsflug, wenn du so Angst hast? Na komm, wach auf. Und wer sagte, dass ich Angst habe? Das ist wie, wenn etwas, was du liebst, versucht, dich zu töten, und du kannst es einfach nicht stoppen. Hm. Wie Scuba-Sex. Hä, genau. Na komm, wach auf. Die paar Raketen. Die hält doch so eine große, starke Dose wie du aus. Im Übrigen, ich glaube, das kann ich euch schon mal spoilern, ohne zu viel vom Spiel wegzunehmen. Wir werden Paul nochmal wieder... Also Paul. Wir werden ihn nochmal wieder treffen. Das ist nicht die letzte Begegnung mit ihm. Auch wenn die jetzt für ihn nicht ganz so glimpflich ausgehen wird. Na komm. Steh auf. Haben wir den ganzen Tag Zeit. Äh, steh auf. Ach so, wir sind schon da. Mach das doch. Darf ich? Danke. Okay, geh in die Statue von Joe Magarack. Jetzt die Statue hat einen Namen. Serious. Du wirst das nicht wussten. Ich muss das in meinem Morgenbriefing schlafen haben. Ab in die Statue. Und ich glaube, Usher retten wir auch nicht mehr. Usher retten wir dann in der nächsten Folge oder dann retten wir Ben. Was du riecht mir noch raus? What the fuck is this shit? Glad you like it. Well Joe, let's see what you can do. Don't forget about the block button. What block button? I labeled it for you. Oh, that should have been obvious. Uh. Laser eye? Fuck you know what I mean. Ash. Look out. Ach komm schon. Ach Paul. Ja, also ich summe noch aus, ob Ben oder Usher. Und dann werden wir jetzt wahrscheinlich noch den Loyalitätsauftrag von Pierce machen. Da wirst du nicht viel Glück haben mit Paul. Toll, danke. Ist voll freundlich von dir so. Weißt schon. Ja, auf die Dose. 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 Auf die Dose. 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 Auf die Dose. 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 Und erledigen. Ach E. Okay. Das ist eine Energy-Trink-Verschwendung. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich sage ja, die Begegnung wird nicht ganz so glimpflich für ihn. Verlaufen. Saintsflow geschafft! Sehr gut! Beglatzungsmitglied. Besatzungsmitglied Pierce Washington und Begleiter. Ich würde sagen, damit hätten wir das geschafft. Alter, was ist das? Keine Ahnung. Ich glaube, das muss ich auch nicht wissen. Was ich machen kann, ist mir Bargeld abheben. Was ich danach machen kann, ist hier mal zu gucken. Headway. Dafür muss ich mich mit Kinsey treffen. Mache ich doch gleich. Da können wir das einmal abgeben. Besser, der geht halt hier raus. Wenn mich das Ding im Kreis schickt, dann wird Kinsey wahrscheinlich hier unten sein. Oder auch nicht. Hallo Pierce. Hä, wo ist die denn? Blöde Kuh. Ach, die sitzt da. War mir doch was. Was haben wir das doch, dass sie da sitzt? Alles klar. Habe ich das auch abgeschlossen? Was haben wir hier noch? White Rabbit. Nein. Nein. Können wir noch nicht machen. Da können wir uns noch was holen. Mit Pierce sprechen. Mit Lebensrund schauen. Die sprechen. Können wir auch noch machen. Und das Heim gezahlt. Das müssen wir auch noch was machen. Und das hier sind die beiden Teile. Also die beiden DSCs. Okay. Das heißt, ich rede jetzt erstmal mit der Lebensrund Schaundi. Ich hole mir nochmal Bargeld. Also wenn ich schon Bargeld kriege. Ja, bitte also. Lebensrund Schaundi müsste das... Die Lebensrund Schaundi ist hier in irgendeiner Maschine. Da. Okay, dann hätten wir das jetzt auch. Was soll man da zu machen? Hier, für eine Lebensrund Schaundi. Beeil dich durchs System zu kommen. Und jetzt eigentlich noch mit Pierce reden. Damit wir von dem Aufgaben kriegen. Fähigkeit. Schneller. Das ist relativ nützlich. Gesundheit. Danke. Warte, der Witz wird nie alt. Ich glaube, den bringe ich jedes Mal, wenn ich hier in dieses Gesundheitsmenü reingucke. Oh, das Gesundheitsmenü. Da wird man nicht krank. Naja. Äh. Okay, mit Pierce sprechen. Komme ich da runter? Ja. Das war zwar jetzt nicht so sonderlich akrobatische Meisterleistung. Okay, dann haben wir jetzt das. Und können jetzt, äh, hier. Wo ist es? Hier. Triff dich mit Pierce. Haben wir alles schon gemacht. Was kriegt man? Inflato-Strahl. Haben wir alles schon gemacht. Du hast immer noch intensiv gesehen. Ich weiß, die Erde ist weg. Und das ist total krank. Aber wir können das nicht aufhören, oder? Vielleicht versuchst du etwas wie dieses neue Inflato-Rack. Um deine Gedanken zu den Schmerzen zu nehmen. Ich liebe neue Wehren. Danke sehr. Zu den Grundlagen. Ne, zurück zu den Grundlagen. Okay, aber jetzt folge Pierce Plan. Triff dich mit Pierce. Aber nicht hier. Sondern in der Simulation. Das machen wir doch glatt. Ich mag diese, äh... Ich mag die Aufgaben. Also die Aufgabe jetzt... Speziell die Aufgabe von Pierce, finde ich, ist meine Lieblingsaufgabe. Du könntest dich aber... Danke. Auch ein bisschen beeilen, wollte ich gerade noch sagen. Ah. Hey. Den Hotspot machen wir mal wann anders. Aber... Pierce... Mal jetzt. Pierce... Wartet da hinten auf uns mit seinem Auto. Mit seinem Auto. Nun darf er uns gleich etwas vorsingen. Ich hoffe, die Folge wird nicht wieder von der GEMA gesperrt. Also hier ist ein plan. Wir machen die Hölle. Okay, ihr zwei. Geht rein und... Hey! Dammit, girl. Meine Mission, meine Call. Weil ein Schiffman in der Trucke ist auf der Glocke. Das ist das, dass wir hier erst einmal starten aus der Glocke. Okay, mach mal. Okay, mach mal. Räse dich zu der Glocke? Nein. Geht rein, ich stehe. Gute Einstellung, Mädchen. Gute Einstellung. Ich fahr mal langsam. Na, mach doch mal das Radio an. Ja, fett die Bum Bum. Ja. 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 Just one. I'd like to be on top. I take things serious and you take them light. I go to bed early. And I party all night. My friends are saying. We ain't gonna last. Cuz I move slowly. And baby, I'm fast. I like it quiet. And I love to shout. But when we get together, It just all works out I take two steps forward I take two steps back We come together Cause opposites attract And you know it ain't fiction Just a natural fact We come together Cause opposites attract Who would have thought We could be lovers She makes the bed And he steals the covers She likes it neat And he makes a mess I take it easy Baby, I get obsessed She's got the money And he's always broke You are I don't like cigarettes And I like to smoke Things in common There just ain't a one But when we get together We have nothing but fun I take two steps forward I take two steps back We come together Cause opposites attract And you know It ain't fiction Just a natural fact We come together Cause opposites attract Appearance you make a good cat You know it Baby Baby Nothing in common But this trust I'm like a minus She's like a plus One going up One coming down But we seem to land On common ground When things go wrong We make corrections How do you know these words? To keep things moving in the right direction Try to fight it But it's telling you Jack It's useless Opposites attract Baby Ain't it something How we lasted this long? You and me Proving everyone wrong Don't think we'll ever Get our differences patched Don't really matter Cause we're perfectly matched I take Two steps forward I take Two steps back Dance break We come together Cause I Opposites Ja Das wollte ich ja eigentlich nicht Ich hatte theoretisch nicht vor gehabt da rein zu fahren Ich wollte mir ja immer das Lied anhören Deswegen bin ich da noch so ein bisschen rumgecruised Aber jetzt können wir ja Jetzt kann ich auch rüberquatschen Ich find das so geil Vor allem das Opposites attract auch noch so ein cooles Lied Dann komm rein mit dir Dann zeig ich jetzt meine Fahrskills Und genau Jaja jetzt könnt ihr auch mal still sein Ich spreche jetzt einfach drüber Ich hoffe ich bin lauter Ich kann da nicht drüber sprechen Das lenkt mich zu sehr ab Ja äh Ja ich wollte mir einfach das Lied anhören Weil ich das so geil finde Und Opposites attract ist auch noch so ein geiles Lied Ja Hab ich einfach mal die Fresse gehalten Bin da so ein bisschen rumgecruised Damit ihr das auch noch zu Ende hören könnt Und Da war dann plötzlich die Strecke zu Ende Und jetzt quatsch ich daher wie gesagt einfach drüber Weil ihr habt jetzt einmal fast bis zum Ende gehört Und das muss auch reichen Aber kann sein dass unser Auto hat eine neue Farbe Falsche Seite Vorsicht Ich kann jetzt mitsingen Mach ich aber nicht Nein ich lasse mich nicht mitverreißen weil ich dieses Lied mag Mit reißen Mit reißen nicht mit verreißen Ich hab vorhin schon Agerrest aufgenommen Das war genau so Ständig hab ich mich versprochen Wir wussten gar nicht Dass ich mich so viel in einer dreiviertel Stunde versprechen kann Und damit war's das Kann ich das machen? Ja Kann ich Ah ok dann das ist die Mach die ganze Sache einfacher Ich dachte ich muss die ganzen Trucks hochladen Weil das würde echt ein bisschen lange dauern Ok das ist Pierce Es kann sein dass ich vielleicht nochmal einen Cut machen muss Weil es dann gleich Abendessen gibt Ja Denn ihr wollt nicht dass ich hier vom Saints Row spielen verhungere Eigentlich Na hab ich Naja wer wisst schon Na nicht das Den da Den da nehme ich auch noch Den kann ich noch abknallen Und den da kann ich auch noch dahin Da hinten Steige in den Wagen Könnte ich machen So sie singen nämlich gleich nochmal Aber Datenansammlung Sie singen gleich nochmal Aber das Lied ist nicht so gut Also ich find das ja jetzt am besten Neuer Wagen Na gut Überzeugt Kann ich mir den eigentlich speichern? Nein kann ich nicht Warum aber Na gut jetzt hab ich auf Ey Hab ich grad auf E gedrückt War vielleicht nicht die beste Wahl Wenn man eigentlich weiterfahren will Aber na gut Vergitt dich zum Atomkraftwerk Vielleicht treffen wir ja Homer Bier 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 Das klingt wie ein Lied für ein Kevin Bier 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 Ich weiß nicht Ich weiß, dass du den Huck Kommt, kommt Kommt, kommt 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 Wurder Das prinzipiellt mich ich Ne Ah, nein, 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 anhalte Aha Das ist aber gut mit Nitro Ah, jetzt. Jetzt bringe ich den aber um. Der hat Bismarcki gesungen. Ah, jetzt. Jetzt ist es vorbei. Nur gut, dass ich bei Paula Abdul nicht mitgesungen habe. Ah, guck mal. Ein Unruheherd. Momentan leer. Ja. Wird aber sich noch füllen, würde ich sagen. Ja, ja, ja. So, die Daten an... Ich finde das Radio auf diesem Material. Ja, gut, da gucke ich mal nach. Vielleicht ist es ja hier drin. Ah, da ist es nicht. Es ist wahrscheinlich im letzten. Ich habe nämlich nicht wieder vergessen, wo es ist. Es ist nämlich gerade her, dass ich Sainsword durchgespielt habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Die ist tot. Da ist noch einer. Da. Und da. Und sie hier. Der kann auch noch einen in den Kopf kriegen. Du kannst auch noch einen in den Kopf kriegen. Da ist dann noch eine Kiste. No. Ist aber Biohazard. Ach, da. Sag das doch. Äh, die sieht aus wie Courtney von Two and a Half Men. Die, äh, Frauen hier. Was ist, wenn es nicht hier ist? Es muss sein. Vielleicht ist es auf der anderen Seite des Gebäudes. Ähm. Was habt ihr hier so genau vor? Natürlich habt ihr überlebt. Das war mir eigentlich schon klar, dass sie das überleben. Aber es kommt mir noch ein bisschen unrealistisch vor. Wo muss ich hin auf die andere Seite? Hallo Courtney. Guten Tag. Wo sind hier die? Da ist eine. Hier ist Courtney wieder. Da ist nochmal Courtney. Ah, es sind ganz schön viele hier. Toll, jetzt habe ich mir gerade... Naja. Falsche Taste gedrückt. Ah, aber Mist. Meine MP ist fast alle. Komm, die holen wir uns. Wenigstens die hier. Und dann können wir uns auch noch die hier mitnehmen. Weil das sind drei. Äh, mache ich mir den Attackelschläger. Nachkommen. Na komm. Das ist aber gut. Das ist schön für dich, ehrlich gesagt. Oh, radioaktives Material. Great. Part 2 complete. Now to follow the guy getting away. Äh, shouldn't we be moving faster? Äh, that's a good idea. Looks like he is in that far ahead. Remember, we can't kill him. We have to find out where he's going. Right, boss. Boss? Shit, I can use this. Don't. Also, eigentlich müssen wir jetzt ins Auto einsteigen. Aber ich bin wesentlich schneller, wenn ich hinter ihm herlaufe. Und dann können wir auch hier noch Datenansammlungen und währenddessen einsammeln. Ich sag mal so, es ist viel spaßiger, wenn man ihm hinterherläuft. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das dann unser letztes... Ähm. Ist das dann unser letztes Ziel? Ach, da hinten ist noch so ein Teil. Könnte ich mir holen. Einholen wird man alle Male. Ohne Auto, ja. Mit Auto wäre das schon schwieriger. Ach, Unruherd. Na komm, schaff'n wir noch. Ich weiß jetzt halt nicht, wie lang die Folge noch wird. Das ist mein kleines Problem. Ich weiß eben nicht, wie lang die Folge bis jetzt schon ist. Eigentlich wollte ich die Folge gar nicht mehr so lang machen. Aber ich glaube, das kann ich sein lassen, diesen Gedanken. Weil ich, äh, vergesse eh immer wieder die Zeit. Und dann hat sich das. So, das ist wie so ein Gewästervorsatz. Ich mach' die Folgen jetzt kürzer. Nie wird das eingehalten. Nächsten Silvester nehm' ich mir aber was vor. Ach. Könnt' er wissen. Nächsten Silvester ist es dann soweit. Oh, eine Cynex-Statue. Können wir eigentlich mal noch schnell kaputt machen? Das Problem wäre es nicht, sagt er und rutscht er vom Dach runter. Ne, ich mach' die jetzt nicht kaputt. Ich folge dem Ziel mal. Das ist klüger. Klüger Kaffee. Kennt' er vielleicht. Na komm, jetzt ist aber gut. Was ist hier alles noch? Ist das noch ein Daten? Und dann, äh, 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 äh. Was ist hier alles noch an Datenansammlungen gibt? Das ist unfassbar. Na komm, du müsstest euch langsam mal da sein. Haben die die ganze Nachzeit. Na, guck mal, was da ist. Drei Datenansammlungen. Für uns. Komm schon, Mumble-Betrieb. Eins der Haha sagen, soviel du willst, Nelson. Wo? Ach, da kommt er gerade runter. Sagt er ja und springt nach oben. Irgendwelche komischen Geräusche. Deren Ursprung ich nicht kenne. Ja. Datenansammlung. Datenansammlung. Arschkratzen. Datenansammlung. Folge dem Ziel. Ja, ich folge ihm, ja. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwierig, dem Ziel zu folgen. Ja, fahr einfach weiter. Wie gesagt, man müsste eigentlich in ein Auto einsteigen, aber... Aber das haben sie nicht zum Teil, diese Mission gemacht. Und deswegen kann man... Darf man auch laufen. Theoretisch würde ich das Autofahren im Laufen bei so einer langen Strecke und hinter einem Auto hervorziehen. Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Aber bei Saints Row mache ich ausnahmsweise mal das Gegenteil. Frag ich ihm einfach weiter. War ich nicht schon mal auf dem Flughafen? Woah, wait, that looks like Mero. Who do you think we've been after? The Brotherhood, the Monster Trucks, the radioactive material. Radioactive. 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 Woah, 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 woah. So the Saints wish to play again? Nicht. Oh, man sei so. So. Hey Mero. Well, how's Jessica? I'm going to enjoy killing you both. Dammit, the bastard didn't die. Couldn't last any longer than... The power I have here is incredible. Incredibly simulated. The real Mero's dead and you're not even his ghost. This world is as real as I make it. Here, I will be a god. Yeah, good luck with that. Come on. Is that the best you can do? I expected more from you. Nein. Geschafft. I've always hated that asshole. See? My way works. But why didn't we come straight for him and... My. Way. Works. You're right. It did. Nice job, Pierce. You mean boss. Don't push it. Right. Geschafft. Bruderschaft. Geschafft. Bill Bargeld. Bill XP. Super Begleiter Pias. Begleiter Mero. So in der Art sehen die Loyalitätsaufträge aus. Immer schön am Ende ein Endboss. Ah, das ist ja ehrlich gesagt kein so großes Problem. Das ist halt Saints Row und es macht ja auch Spaß. Wenn es keinen Spaß machen würde, wäre das ein bisschen anders, aber es macht ja Spaß und das ist das Gute. Und genau deswegen sage ich euch Tschüss, Freunde. Das war übrigens meine Lieblingsmission in Saints Row 4. Opposites Attract sage ich dazu nur. Bis zur nächsten Folge. Ciao.